Ja, 1950er, du machst mich darauf aufmerksam, ob ich da sich mein Passwort auf Twitch schon erneuert habe, wegen des Leakes. Ja, aber ganz bestimmt. Völlig richtig. Habe ich auch gemacht. Das Erstaunliche ist, müsst ihr euch festhalten, die erste Info, den ersten Warnhinweis als Streamer, den habe ich bekommen von, richtig, nicht von Twitch. Den habe ich bekommen von Leaches. Keine Nachricht von Leaches, nach dem Motto, Moritex, wir wissen ja, du bist ein Streamer, da hat es wohl ein Leak gegeben bei Twitch. Mal einen guten Tipp, mach mal ein paar neue Passwörter. Oder auch den Stream-Key ändern, was man alles machen kann. Und von Twitch, da bekam ich, glaube ich, heute zur Mittagszeit und ich glaube noch nicht mal per E-Mail, sondern ich glaube im Twitch-Account so als eine Art Flüstermeldung. Also, das war jetzt nicht unbedingt mit wehenden Fahnen. Achtung, Achtung, hier eine Durchsage von Twitch an alle Twitcher. Da ist gerade was schiefgegangen. Nö, das haben die ein bisschen, die haben sich auch nicht geleugnet, aber schon eher ein bisschen zurückhaltender angehen lassen. Und, naja, das einzig, also ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so allzu tief damit beschäftigt, was da abgelaufen ist, ist, aber was ich bisher so mitbekommen habe, handelt es sich ja zumindest nicht um eine, eine, ja, kriminelle Attacke, erpresserische Attacke, böswilligster, böswilligster Hacker, die damit selber Millionärer werden wollen, sondern um, ja, eine Form des Leakens, ne, die dann natürlich mitnichten weniger illegal ist, das wollen wir gar nicht, das wollen wir gar nicht schönreden, aber einen anderen Zweck verfolgt, ne, also nicht primär den Zweck des sich bereichernds, ne. Robin Hood war ja auch irgendwie illegal, also, ne, sagen wir mal so, ne, ob da jetzt hier ein Robin Hood hintersteckt oder nicht, sei immer dahingestellt, dass da jetzt so ein paar wilde Diskussionen losgehen über, insbesondere bei Streamern, die viel Geld damit verdienen, ja, da frage ich mich, ja, wem ist das neu? Also, natürlich, 99% aller Streamer, so wie ich, die verdienen gar nichts, ne, also, ich habe noch nie eine Auszahlung von Twitch bekommen, aus dem einfachen Grunde, die, die zahlen erst aus, schütten erst aus ab einem bestimmten Betrag, ja, und wenn man den nicht erreicht, dann kriegt man halt nie was, ja, ist halt so, aber die 1% oder 1,5% Streamer, die da irgendwie eine halbe Million Follower haben, ja, dass die auch nicht nur 5 Abos haben, wie ich, ja, das ist auch klar, und was ein Abo bringt oder kostet, was man da einnimmt, das weiß ja auch jeder, ja, also, das ist jetzt nicht so überraschend, dass die, die Top-Leute, mit den höchsten Zuschauerzahlen und, und Followern und Abos, dass die auch richtig Geld verdienen, das kann man ja leicht ausrechnen, und da die das Geld ja nicht dadurch verdienen, dass da andere überfallen, äh, oder ausrauben, ja, da ist ja auch nichts gegen zu sagen, ne, man kann das ja mal probieren, ne, ich habe ja auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht meinen Stream hier so gestalten sollte, dass ich vielleicht ein bisschen mehr rumkreiche, oder so, oder, ne, oder irgendwie so rumspringe, oder vielleicht das Ganze, aber das scheitert ein bisschen an meiner Innenausstattung hier, ich könnte natürlich auch so ein Planschbecken aufblasen, ne, so im, im Hintergrund, und vielleicht so eine schwimmende Banane rein, also Wasser rein, ne, und dann in so ein Planschbecken auf so einer, auf so einer schwimmenden Banane rumreiten und, äh, dazu Schach spielen. Also zumindest die Kombination Planschbecken und auf einer schwimmenden Banane da rumreiten, das scheint ja recht erfolgreich zu sein, wenn ich mir so ein paar, äh, Streams dieser Art mal angucke und dann mal drauf klicke, wie viele Zuschauer haben die denn? Gut, es sind meistens Streamerinnen, ja, aber das, boah Gott, da kann ich ja doch mithalten, also, da wollen wir die Frisur ein bisschen richten, ja, also das geht ja nicht sicher machen. Also, das können, wenn man das Erfolg, wenn man das Erfolg darin misst, wie viele Follower man hat und wie viele Abonnenten, ne, ja gut, dann, dann, dann Abonnenten könnte ich ja auch noch bekommen, habe ich ja auch geguckt, müsste ich ja eigentlich jetzt hier mal so übertragen, ne, ähm, hallo, Lara survived in den Chat, schön, dass du da bist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier so ein Schildchen hochhalte und sage so, also für, für ein Abo schreibe ich mir den Namen des Abonnenten auf die Stirn oder auf die Backe, äh, oder auf die, ich habe ein kurzer armiges T-Shirt an, ich könnte sogar noch die Unterarme, wobei ich habe sehr viele Haare da drauf, das kann man nicht so gut machen, aber, na, gut, dann verdienen die eben damit Geld, ne, ja gut, und wenn einer, wenn einer zwei oder vier Euro ausgibt dafür, dass, äh, äh, oder eine Streamerin, äh, seinen, seinen Nickname irgendwo sich auf die Backe oder auf die Stirn schreibt oder auch nur eine Tafel, ja, ist ja gut, ne, ist ja nichts, also, ist natürlich nicht gut, aber jeder kann ja machen, jeder kann ja machen, was er will, ne, das ist ja ein offenes, und wenn man so will, offenes und ehrliches Geschäft, es ist zuweilen ein bisschen merkwürdig oder vielleicht auch ein bisschen dämlich, ähm, aber es ist halt so, ja, aber machen wir hier nicht, wir streamen hier, äh, auf die, äh, ähm, wir streamen Schach, ne, uns geht es ums Schachspiel, also mir jedenfalls, und, äh, da ist dieses Streamen, das man eben auch, ganz offensichtlich, für ziemlichen Blödsinn machen kann, eigentlich eine super feine Sache, denn ohne großen, äh, jetzt auch technischen Aufwand, ist es ja möglich, dass ein Schachspieler, der ein bisschen was erzählen will, zu dem, was er tut, und andere, das interessiert sich, das anzuhören, das, das geht halt mit so einer Plattform hier, ne, und, ähm, ohne dass man, ohne dass man da einen, einen riesigen technischen oder sonstigen, sonstigen Aufschirm macht. Das heißt, also, wer sich jetzt dafür interessiert, was ja der ein oder andere Streamer, äh, äh, Top-Streamer an, an Einnahmen möglicherweise hat, für den ist dieses, dieses Leak jetzt, äh, das Twitch-Leak, äh, eine feine Sache, aber ganz im Ernst, ähm, da gab es bisher, oder gibt es auch jetzt noch, da müsst ihr ja nur mal, äh, 60 Sekunden googeln, mit den richtigen Begriffen, ja, äh, dass ihr, äh, da gibt es, äh, statistische, Programme für, es gibt also Webseiten, die, die, äh, Follower und die Abonnenten von Twitch-Kanälen ganz offen, legal und mit Zustimmung eben desselben auch, ähm, quasi auslesen und, äh, da Statistiken und Diagramme draus machen, ja, dann ist vielleicht nicht immer der dabei, den man, den man sich interessiert, aber ein vergleichbarer, ne, und, ja, ähm, man kann natürlich auch mit Schach erfolgreich sein, ne, also ich meine, hier im Deutschen, haben wir ja im deutschsprachigen Raum, haben wir ja unser Kugelbuch, ich weiß nicht, wer den kennt, dann gucken wir unter Kugelbuch, der, das ist der junge Bursche, äh, der das, äh, sehr eigenständig macht, der nach meiner, meiner Einschätzung nach, noch nie, äh, einen Schachverein von innen gesehen hat, das ist gut für ihn und auch gut für den Schachverein, äh, ich glaube, das wäre, äh, würde nicht gut zusammenpassen, ähm, aber der macht ja doch, der macht doch einen, einen super tollen, äh, völlig, äh, eigenständigen, äh, Schachstream und, ähm, sehr unterhaltsam und der hat über 1000 Follower jedes Mal, ne, also nicht so wie ich, so, also über 1000 Follower, wenn der, wenn der, wenn der auf Sendung geht und das ist spaßig und unterhaltsam, ja, äh, und Nakamura, ne, jetzt mal ins andere Ende, ne, Top, Top Großmeister, der hat ja, der streamt ja auch und hat einen YouTube-Kanal mit, ich glaube, äh, über eine Million Abonnenten, also, es geht auch mit Schach, ja, also irgendwas mache ich falsch oder auch nicht. So, jetzt machen wir aber richtig, weil es geht auch mit Schach, heißt ja, es geht auch um Schach und deswegen haben wir jetzt den Start mit der, mit der Quasselei in die, äh, Schnellschach-Schild-Arena, äh, knapp.